Ja und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Announcement Trailer von Still Waste Deep an. Das ganze ist ein Narrative Horrorspiel vom Entwicklerstudio Chinese Room. Spielte im Dezember 1975 auf einer Ölplattform mitten im Meer ab. Von daher finde ich das Konzept ziemlich interessant. Ich habe den Trailer schon gesehen beim Xbox Game Showcase und habe mich ein bisschen an Monstrum erinnert. Von daher sah es gerne ziemlich interessant aus und ich würde sagen wir schauen uns das ganze einfach mal an. Let's go! Still Waste Deep. Announcement Trailer. Als ich diese Szene hier gesehen habe, hat es mich auch ein bisschen an den Film erinnert, der hier auf einer Öl-Plattform spielt. Sieht ziemlich interessant aus. Weil nicht so viel verraten wird. Still Waste Deep. Und leider ganz kurzer Trailer bloß. Arriving early 2024. Leider ganz kurzer Trailer bloß, aber sieht versprechend aus. Die Grafik sieht nice aus. Das war's da sowieso. Da müssen wir nicht drüber reden. Und ja, anhand vom Schrei, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich eben ein Monster, das uns da verfolgen wird. Finde ich ein spannendes Konzept. Und ich bin gespannt auf mehr. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sind zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Musik Musik